Hallo und herzlich Willkommen zur Auslosung vom Liga Cup Halbfinale und vom Major League Soccer Cup Halbfinale. Hier seht ihr nochmal vom Liga Cup die Viertelfinale Begegnungen. Dort setzte sich der ASV gegen Nürnberg ziemlich glatt in beiden Spielen durch. Ebenso Dresden gegen Leverkusen. Enger war es da schon bei den Partien zwischen Düsseldorf und Bremen. Und der VfB Stuttgart gewann gegen den FC Bayern und sicherte sich somit das Halbfinale Ticket. Dort machen wir auch jetzt gleich weiter mit der Auslosung. Wie immer das alte Prozedere kennt ja mittlerweile jeder mit dem Auslosungstool. Halbfinale Liga Cup, da haben wir noch etwas Zeit. Bis die Saison vorbei ist, werden wir sowohl als auch in beiden Wettbewerben, in beiden Halbfinals, mit Hin- und Rückspielen machen. Nur das Finalspiel anschließend wird in einem Spiel entschieden. Anzahl Mannschaften 4 mit Rückspiel. Damit kommt es zu folgenden Konstellationen im Halbfinale. Fortuna Dresdorf trifft auf den HSV. Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart. So, der Major Cup. Dort setzte sich in der Gruppe A der Ulti mit Seattle durch. Und der Manu mit Toronto in der Gruppe B. Schosch mit seinen Colorado Rebels und meine Wenigkeit mit dem FC Dallas. Auch hier vier Teams mit Rückspielen. Halbfinale Major Cup. Folgende Partien. Colorado Rapids gegen Seattle Sounders. Beziehungsweise Schosch gegen Ulti. Und der FC Dallas gegen Toronto. Schön. Gute Begegnungen. Das verspricht Spannung. Und spannende Spiele. In diesem Sinne allen viel Spaß und Erfolg. Ihr könnt anschließend gleich, wenn ihr fertig seid, das Finale spielen. Ergebnisse etwa ins Forum eintragen oder an mich. Bis zur nächsten Auslosung. Euer Bacca.